Ja Freunde, in meinem Plan ändert sich immer etwas. Ich bin gerade kurz mal einkaufen gewesen und in meinem Plan hat sich etwas geändert. Aber ich habe jetzt den Plan da ein bisschen korrigiert. Ich will jetzt selber mal gucken, weil ich erst noch Marte besorgen wollte. Weil Marte sind schnell ausgegangen, schneller als ich gedacht habe. Und ja, die Tutorials, die bereite ich erst wieder neue vor. Da habe ich jetzt erstmal nichts weiter gemacht. Was ist noch passiert? Ich baue einen H2O-Server. Ich werde euch das Teil bei Gelegenheit hochladen. Wenn der Prototyp fertig ist, werde ich auch ein Patentieren. Den Bauplan hat keiner ausgegeben. Ja und ich werde jetzt erstmal los zu Rangelhause.